Hirka griff sich an den Hals und kam auf die Beine. Sie lächelte Scary kalt an. Konnte es sich nicht verkneifen. Sieht ganz so aus, als müsstest du mich ein andermal umbringen. Jetzt habe ich eine Verabredung. Der Seher Hirka aus Modrasmes Haus, dem Siebenten zu sein, brachte es unglücklicherweise mit sich, dass sie kaum jemals allein irgendwo hingehen durfte. Nicht einmal zum Seher. Eine Handvoll Krieger begleitete sie durch die Straßen. Sie trugen Tuniken, als wären sie gewöhnliche Diener. Hirka bezweifelte nicht, dass alle wussten, welche Aufgabe sie wirklich hatten. Aber die drei rief, fürchteten selbstverständlich niemanden und brauchten keine Leibwächter. Reisegefährten mit Stöcken zu haben, war dagegen in Ordnung. Stöcke für den Fall, dass man Schneefelder durchqueren musste und natürlich nicht, weil man vielleicht angegriffen wurde und etwas in der Hand haben musste, um Köpfe einzuschlagen. Kolail war der Einzige, der nicht versuchte, etwas anderes zu sein, als er war. Der Tropfen auf seiner Stirn sagte alles. Er ging schräg hinter ihr, was den anderen offenbar nicht gefiel. Sie behielten ihn scharf im Auge, als könnte er plötzlich auf dumme Gedanken kommen. In Wahrheit empfand Hirka ihn als Schutz vor dem Rest der Gruppe. Ein Beschützer vor denen, die sie beschützen sollten. Die Straßen waren belebt. Das Eis war gebrochen und hatte gleichzeitig die Leute aufgetaut. Sie strömten zu den Ständen, um einzukaufen, und zogen mit Schlachtvieh und Waren wieder ab. Unterhielten sich mit Fremden. Knufften Bekannte in die Seite. Sie hingen in den Fenstern und grüßten mit erhobenen Flaschen und Trinkkörnern, wenn unter ihnen Leute vorbeigingen. Hirka hoffte, dass die allgemeine Ausgelassenheit nicht zum erneuten Aufflammen der Unruhen führte. Seit Hots Rede waren die Nächte ruhiger gewesen. Es war eine Erleichterung, in die schmaleren Gassen zu kommen. Das waren nichts anderes als tiefe Spalten im Berg, kaum breit genug, um zu zweit nebeneinander gehen zu können. Aber hier wurde sie nicht so angestarrt. Die Leute waren mit sich selbst beschäftigt. Sie atmete tief durch. Die Reaktion der Familie auf den Seher hatte sie nervös gemacht. Sie wusste nicht, wie sie ihn behandeln sollte. Keiner hatte ihr Regeln für den Umgang mit Sehern beigebracht. Der Stock in ihrer Hand war ein Geschenk für ihn. Sie hatte ihn selbst kürzer gemacht und auf das obere Ende ein Querholz gesetzt. Jetzt war es eine Krücke. Aber Unpiri war Unpiri, also musste sie es irgendwie anders ausdrücken oder ihm den Stock überhaupt nicht geben. Sie näherten sich dem Meer. Das wusste sie von Karten, die sie gesehen hatte. Aus den Karten war allerdings nicht hervorgegangen, dass der Weg je bergab verlief. Die Reaktion des Heils von Karten ist die Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020